Herzlich willkommen hier beim Projekt Kleiner Wohnen in Südkirchen. Ich bin Lothar Steinhoff, ich bin für die SPD im Gemeinderat der Gemeinde Nordkirchen und wir haben das Projekt Kleines Wohnen hier realisiert. Mein Name ist Daniela Kowopka von Steinhoff Architekten und ich leite die Abteilung Planung und Projektentwicklung. Wir beschäftigen uns mit diesem Thema seit 2018. Die Idee entstand in der Politik, sich mit dem Thema Tiny Häuser auseinanderzusetzen. Wir finden den Begriff Kleiner Wohnen aber besser, weil wir tatsächlich aus sechs klassischen Einfamilienhausgrundstücken elf Grundstücke gemacht haben und wir errichten hier kleine Häuser auf kleinen Grundstücken. Wir haben ein Konzept entgewickelt mit insgesamt drei Gebäudetypen. Wir befinden uns gerade im Haustyp B mit insgesamt 55 Quadratmeter Wohnfläche, einem großzügigen Koch-, Ess- und Wohnbereich, einem separaten Schlafbereich, Badezimmer und einem Abstellraum. Wenn man baut, dann muss man sich natürlich auch die Frage stellen, wie geht man nachhaltig und Ressourcen schon mit Flächen um? Und wir sind sehr glücklich, dass wir hier aus sechs klassischen Einfamilienhausgrundstücken elf gemacht haben. Also wir haben die Anzahl der Grundstücke eigentlich fast verdoppelt und man sieht im Hintergrund, das zwölfte Grundstück wird hinterher umgestaltet zu einem internen Quartiersplatz, der aber auch von der ganzen Nachbarschaft mitgenutzt werden soll. Die Bewohner entscheiden selber auch, wie der Platz gestaltet werden soll. Es gibt erste Ideen, zum Beispiel soll dort wohl eine Feuerstelle entstehen, eine Skulptur soll erarbeitet werden und das wird in den nächsten Wochen und Monaten gemeinsam herausgearbeitet. Uns als SPD ist es natürlich wichtig, dass wir bezahlbaren Wohnraum entwickeln. Und hier haben wir ein tolles Beispiel dafür, dass man eben auf kleiner Fläche und in kleinen Häusern topmodern auf höchstem energetischen Niveau trotzdem bezahlbar wohnen kann. Die Häuser sind gebaut im höchsten energetischen Standard mit einer Abluft-Wärmepumpe, Smart Home ausgestattet. Hier befinden wir uns in dem Haustyp C im Rohbau. Man sieht ganz gut die Holzkonstruktion, dass wir die Außenwände aufgebaut haben, außen mit einem Klinker, 20 cm Holzständerwerk, das komplett ausgeblasen wird mit einer Holzwolldämmung und auf der Innenseite noch eine Installationsebene, die zusätzlich ausgedämmt wird. Das Gebäude ist klassisch auch eben geeignet für eine junge Familie. Hier unten wäre der Bereich Küche, Essen, Wohnen, ein Gäste-WC, ein großzügiger Technikraum und im oberen Bereich sind dann auch noch zwei große Zimmer und das Bad. Ich bin überzeugt davon, dass das Projekt Kleines Wohnen, was wir hier realisiert haben, ein gutes Beispiel dafür ist, wie man ressourcen- und flächenschonend mit dem Thema Wohnen umgeht. Wir merken das auch daran, dass sich tatsächlich viele Kommunen und Gemeinden aus der Region, aber auch ganz Deutschland bei uns melden und sich dieses Projekt anschauen wollen. Kleiner Wohnen, schöner Wohnen!